Zum Beispiel gibt's auch so ein Attribut auf den Items, auf magischen Items, äh, x% Chance, oh hier ist ein Lager, hier könnte er sein. Ähm, zum Beispiel, xy Zauber zu zaubern, Chance zu zaubern auf, äh, Angriff oder sowas, oder auf Schlag, oder was weiß ich denn, da ist er. Also eigentlich ein bisschen leicht selbstmordgefährdend, hier so reinzurennen, aber na gut. Da, bischibosch, klatsch, 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 und aus irgendeinem Grund, du bist gar nicht überladen, da liegt ein Stapel, aus irgendeinem Grund machen diese Feuerattacken von diesen Leuten einfach nie Schaden. Naja, das weiß ich auch. Äh, Leuchte halt dran, ja, ich will nur so ein bisschen was mitnehmen. Hier, da passt ja doch ein, was willst du denn? Nee, Bardicke, werde ich eh nicht benutzen, das ist ganz einfach, aber Lederhandschuhe. Kann eigentlich nur besser sein, als meine jetzigen, also. Rinn. Und dann das wieder mit. Ja, und das war bischibosch, Leute, für euch. Ähm, ich war nie der große Spieler übers Internet, vor allen Dingen auch, weil meine Internetverbindung früher ganz besonders echt mies war. Äh, und, ja, deswegen habe ich da nicht so wirklich den Hang dazu, aber naja. Deswegen einmal, es gibt so eine schöne Mod, die nennt sich Pluggy oder Plug-Y oder wie auch immer man das nennen möchte. Die kann so verschiedene lustige Sachen, unter anderem auch. Oh. Zum Beispiel über Diablo freischalten. Das ist halt sowas extrem Abgespacktes. Halt, wenn man auf Hölle spielt, was der dritte Schwierigkeitsgrad ist, kann man damit, äh, ist das einfach nur eine übermäßig abgespackte Version von Diablo. So, so, Adlerkugeln sind für Zauberinnen, das ist, äh, uninteressant. Und gibt auch nicht so viel Geld, einfach weil sie klassengebunden sind. Achso, es gibt hier übrigens keinen Charakter gebunden oder so ein geraffelt, also, das gibt's hier nicht. Ja, äh, pfff. Was willst du? Bei diesem Spiel verschwinden die Leichen, bei Gothic 3 nicht. Welches Spiel ist jetzt besser? Aber hier, allein Gothic, ich meine Diablo 3 hier, allein, dass man hier rennen kann, bei Diablo 3 dieses... Eigentlich, man hat nur eine Geschwindigkeit, aber man hat so dieses Pseudo-Rennen. Es sieht ein wenig aus, als würden die Figur rennen, aber sie geht nur. Es ist einfach total schlecht. Ich fand nicht, was dieses Stottern dazwischen immer soll, das verstehe ich nicht. Hallo? Bist du auf? Oh, geh weg. Ja, bleib doch da. Was soll's. Klasse! Klasse, Klasse, Klasse! Alle, I one-hitted einen nach dem anderen. Mann. Also, momentan bin ich echt krass stark, aber das ändert sich noch, keine Sorge. Äh, ja. Ich tausche lieber... Was? Warum? Okay. Ach, mein Schrein, ich hatte gerade einen Schrein. Und der Schrein, der Fähigkeitsschrein, der gibt mir plus zwei kurzzeitig auf alle Fähigkeiten. Ah, mein Nase juckt. Das ist toll, ne? Und es ist toll. Ich mag Soßen. Und man kriegt so dann mehr Soßen. Oh ja, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Hab doch gar keine Ahnung. Okay, jetzt muss ich doch mal kloppen. Okay, man kann sich natürlich fragen, wo der die Rüstung hergezaubert hat, ne? Äh, äh, sagt er. Äh. Schlechter Mond-Clan. Ob das jetzt ein ganzer Clan war? Leichte Rüstung. Äh, die hat nur 10, die hat 16, die hat zwar einen Sockel. Hör auf. Aber ist egal, das ist halt schlecht. Schlecht, schlecht. Ach, hier brauch ich noch nicht hin. Hier gibt's einfach nur dann so... Äh. Diesen, äh. Ja, hey, hey, wie soll ich sagen? Diese... Die Steine. Ja, ich könnte natürlich. Und das mach ich jetzt auch. Mal rumscouten. Schrein der Erfahrung. Hallo, Wegpunkt. Ich seh dich. Ich seh dich. So. Der Schreinerfang gibt mir 50% mehr Erfahrung. Hey, ich scheiß da jetzt drauf. Kaschira. Glauben, dass ihr Blüderraube besiegt habt. Kyoko. Das Kyoko-Protokoll. Hm. Alcara. Es ist klar, dass wir das mit einem Bösen zu tun haben. Das schwer zu verstehen. Und noch schwerer. Let alone to fight. Es gibt nur einen Weisen der Horror... Ach, was willst du denn von mir? Hello, my friend. Stay well and listen. Eins zur Stärke. Ach, scheiß da drauf. Was will ich denn damit? Warum fluche ich eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Ich bin trotzdem gut drauf irgendwie nicht, dass du jetzt denkst, ich hab schlechte Laune oder so. Nein. Eigentlich sind die nicht magischen Stäbe, man glaubt es kaum, sogar besser. Denn die haben nämlich nicht diese lästigen Verzauberungen drauf und man kann sofort sehen, ob sie Skills haben. Ja, das ist schlecht. Aber gibt Geld. Ah, Alter. Und jetzt hab ich den Bogen. Achtung. Hier. Ah, ja. Ich muss... Die da... Questbuch. Ja, geschafft. Und jetzt Kane, bla bla. Wer kennt Kane nicht? Alle kennen Kane nicht, die Diablo 1 nicht gespielt haben. Und Diablo 2 und Diablo 3. Okay. Ähm. Ich habe jetzt eine Tusnelda dabei. Ist sie das? Das ist Tusnelda. Ich nenne sie... Ja. Kyoko heißt sie. Und die hat so das hier und bla bla und ist schlecht. Und Schaden 1 bis 4. Der Bogen gibt 1 bis 4. Logischerweise würde sie jetzt 2 bis 8 machen, aber passt mal auf. Danke. Danke. 2 bis 10. Weil die Berechnung bei den Figuren irgendwie seltsam ist. Weil das bei denen hier vom Geschick abhängt. Beziehungsweise Stärke, je nachdem was sie sind. Sie kann auch keine Schwerter benutzen, etc. Bla bla. Ich habe jetzt aber zwei Helme. Und die werde ich jetzt verteilen. Oh. Schlechte Items. Was brauche ich denn mehr? Giftstärke reduziert. Ich kriege mehr Verteilung. Ich bin wichtiger, ja. So. Level 2. Level 5. Danke. 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 Kranke. Danke. Okay. Moment, ich... Hoch? Äh. Der Orgen heißt euch willkommen. Ich möchte jetzt quasi rausfinden, denn... Oh, das hat sich doch gelohnt, ey. Ich frage mich, wer das einsetzen soll, ey. Langsam. Das ist doch scheiße, wie ich da in den Hammel. Äh. Erzählen, deswegen können wir auch noch ein bisschen weiterlaufen. Ich bin schon Level 5. Ich habe noch keinen Statuspunkt vergeben, weil ich einfach sparsam bin und knippig. Geizig. Ihr Geizkragen. Äh. Habe ich das schon? Ne, habe ich noch nicht. Ich müsste da später eh hin. Ja, komm, dann. Ja, was soll's hier. Ich muss eh da runter. Und, äh. Ja, ab Level 6 nicht. Also bis jetzt eigentlich ist es nichts wirklich und ich möchte hier auch keine großartigen Punkte drauf vergeben, weil es lohnt sich für mich einfach nicht. Ich könnte natürlich, bis ich Level 18 bin, hier auf tolle Nahkampffertigkeiten wie Eifer oder Rache gehen. Und, ähm, dann dann wieder hier mit der, äh, wie heißt die doch gleich, Akaratus Nelda zurücksetzen. Das kann man nämlich seit Patch 1.13 einmal pro Durchspiel machen. Doch, hier auch. Und das ist ganz praktisch. Ich weiß gar nicht. Ich spiele noch ein bisschen weiter. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Wer bist du? Und warum ruckelt das Spiel die ganze Zeit? Oh mein Gott. Ah ja, komm. Kriegt sie auch noch eine Lederrüstung. Die ist schlecht. Aber besser als nichts. Tschüss. Nein, sie ist wirklich schlecht. Ich meine, sie ist Level 2. So wie ich das einschätze, kommt sie wieder gar nicht hinterher im Spiel. Das ist egal. Die wird nur eine Weile da bleiben und dann kann sie noch eingehen. Oder sterben und bleiben. Tot bleiben, meine ich. Trifft das sie eigentlich auch? Ja, ne? 4 bis 14. Ja. Okay. Ich kann die auch wegschicken. Kyoko wegschicken. Ich hab's noch nie gemacht eigentlich. Will ich auch gar nicht. Weil die kann mir doch ein bisschen helfen. Das ist ganz gut. Oh, es sucht die. Und sie halten mehr als einen Schlag aus. Autsch. Kälteverzauberung ist eklig. Ping. Das kann sie aber nur noch ganz gut. Ja, Kälteverzauberung, das ist immer eklig. Weil dann wird man so eingefroren und ist noch langsam. Langsam und Schaden macht's auch noch. Hier war komplett umsonst. Bis auf diesen Topaz. Jeder Edelstein gibt auch eigene, äh, ja, Boni quasi. Wenn man sie in Rüstung oder andere gesockelte Items einsetzt. Das ist eigentlich ganz, ganz praktisch. Je nachdem auch, hier steht's bei, wo man sie einsetzt. Waffenrüstung, Helme, Schilde. Ich glaube in D2 Classic, also ohne Add-on. Also ich spiel jetzt mit Add-on Lord of Destruction. Was man sich wahrscheinlich schon dachte, weil hier ist das und ich kann Leute ausrüsten. Da gab's, glaube ich, diese Unterteilung gar nicht. Da gab's nur eine Sache, egal wo man's reingemacht hat. Das haben sie dann auch erweitert. Ach, das... Das ganze Spiel wurde so derbe erweitert mit dem Add-on. Ist echt voll gut. Also das Add-on war sein Geld auf jeden Fall wert. Obwohl ich glaube, damals hatte ich mir das Spiel gar nicht gekauft gehabt. Weil da war ich noch ein Pimpf. Nimmst du mir überlegen, das war 2000. Autsch, Autsch. Wolfkopf ist für Droide. Manchmal, manchmal bringen sie auch ein bisschen Geld. Ich hab das ganze System noch nicht so richtig kapiert. Meistens nicht so wirklich. Oh, kleiner Zauber. Kleiner Zauber ist immer sehr schön. Alter, dieses Geruckele. Was macht der denn die ganze Zeit? Kann es sein, dass die Datei einfach zu groß wird im Hintergrund? Was sagst du? Blast off oder was? Was willst du von mir? Vor allen Dingen, genauso wie die hier. Guckt euch die mal an. Die haben fast nichts an. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Wahrscheinlich als... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Weil Totenbeschwörer kämpfen normalerweise nicht mit Nahkampfsachen. Deswegen wollen die auch diese ganz anderen Sachen nicht haben. Heiliger Blitz. Auf. Ich will eigentlich nur auf diese Seite. Das heißt, hier kann ich drauf verzichten. Defensiv. Ich möchte da später hin. Ja, trotz. Ach, was soll's. Ein Punkt, damit ich weiterkomme in dem Baum. Und der ganze Rest. Also da möchte ich wahrscheinlich später auch noch hin. Weil, ist ganz nett. Mal gucken. Brunnen heilen einen übrigens immer 50%. Brunnen sind die geilsten Sachen im Gehobnis. Ja. Sie fühlt sich jetzt stärker. Heißt, sie hat ein Level bekommen. Und sie muss auch möglichst viele Viecher platt machen, damit sie eigentlich auch möglichst viele Erfahrungspunkte kriegt. Danke. 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 Die Tusmelder kriegt später auch noch ein paar Fähigkeiten. Aber nichts allzu großartiges. Also eigentlich für mich sind immer noch die Söldner aus Akt 2 am besten. Okay. Hier wird's ein bisschen viel. Ich glaube, das führt auch zu nichts da oben. Wir gehen mal woanders weiter. Ich hab jetzt keinen Bock auf diese langsame Gekloppe. Vor allen Dingen, die ganzen Viecher werden alles wiederbelebt. Das ist so nervig. Okay, diese Ruckeleien da, die sind nervig. Ich hab keine Ahnung, woran das liegt. Wow. Nur vorsichtshalber. Besser als sterben. Aber man merkt schon, die hier treffen mich deutlich öfter als die aus dem Anfangsgebiet hier. 37 Prozent. Oh. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Gehartes Leder ist schon... Oh. Auf in dem Ruckeln. 22. Und das hier 16. Und es ist zweifach gesockelt. Und die hier drüben... 14. Komm, tauschen wir uns auch nochmal aus. Danke. Danke. Ich will... Hier kommt bestimmt Level 2 oder so. Oh, schreiender Monster. Oh, da. Extra schnell. Ja, schon fast tot. Was soll's. Wow, mach ihn tot. Mach ihn tot. Mach ihn tot. Yeah. Weil die sind nämlich schlecht. Der schreiender Monster hat ein... Irgendein beliebiges Monster in der Nähe einfach auf Boss-Rang hochgehoben. Das sind die mit der goldenen Schrift. Und das ist dann einfach ein bisschen abgespackt gewesen. Hat aber keine Minions, also keine... Diener dabei gehabt. Deswegen war's nur halb so schlimm. Also noch ist das hier einfach ein Walk in the Park. Das ist ja eigentlich so... So einfach noch. Äh, heilen euch nicht. Kleiner Schild. Ich hab hier eh noch keine Runen, irgendwas. Halt, ich guck mir da mal rein. Erstmal. Ich mein jetzt mal ganz ehrlich. 5 zu leben. Guckt euch mal an, wie viel ich habe. 65. Man kann das übrigens auch ein- und ausblenden. Das ging früher nicht. 5 zu leben. Ich müsste jetzt noch 8 Level warten, um dann 5 lebende zu tun. Das lohnt sich sowas von überhaupt gar nicht. 12 und 35? Ja. Nehme ich. Verkaufe ich auch nicht, weil das auch ein Starter-Item ist. Gibt nur ein Gold oder so. Wir gehen jetzt hier einfach raus zum Dunkelwald. Hey, yeah, yeah. Ach, da bist du ja. Jetzt suchen wir Baumkopf. Holzfaust. Wow, da will ich nicht hin. Wir gehen weg. Ich hab gesagt, wir gehen weg. Also wenn ihr nichts seht, ich seh auch nichts. Kieferknochenhund ist das Pendant für den Barbaren. Äh, oh. Ohne Fähigkeiten extrem schlecht. Gibt es auch erst seit dem End-On? Ja. Oh, yeah. Kommt herbei, oh ihr Unwichte. Auf, dass ihr zerschmettert werden möget mit meiner... Ich meine, äh, Keule. Ich meine, ich meine Scepter. Das S-Z-S-Z-Zepter. S-Z-Zepter. Haben die es eigentlich mit S-Z geschrieben? Ja, ne? S-Z-Z-Z. Okay. Lalalalalalalala. Klatsch, aber Fernkämpfer sind immer spackig, die Nerven. Oh, da ist ein Oberbrochen. Nein, ich werde niemals sterben. Ich hab keine kleinen Tränke mehr. Naja, nehm ich die großen. War ja nicht eben noch ein Monster? Hä? Nicht noch so ein Boster-Hypie? Oh, ich dachte... Oh, hier sind wir schon im Ausgang. Hier geht's raus nach, äh... Was kommt denn danach? Tamo-Hochland oder was? Kommt das danach schon? Ne, Schwarzmoor kommt ja erst noch. Aua. Ich will aber nicht Schwarzmoor. Ich will... Oh, hallo. Übrigens, ich hab unten auch ne Ausdaueranzeige. Die geht eher, wenn ich kämpfe oder wenn ich renne. Ah, sie fühlt sich stärker. Das heißt, hier schon Level 4. Das ist gut, weil sie soll nämlich wirklich schnell aufholen. Weil wenn sie nämlich zu weit nach hinten ist... Dann bringt sie mir nichts mehr, weil sie hingegen die Monster keine Chance mehr hat. Ich werde sie ja wahrscheinlich eh nur bis Level 2, äh, Akt 2 behalten. Das Spiel ist übrigens in 5 Akte eingeteilt, Seite mit on. Und, ähm... Meine Nase juckt schon wieder. Warum tut sie das? Ich glaub, sie ist allergisch gegen das Spiel. Kann ich nicht verstehen. So. Wir rennen hier jetzt ein bisschen sinnlos rum. Da oben ist ein Schrein. Autsch. Au, au, au. Hab ich gesagt, geh weg. Oh, scheinende Erfahrung. Also... Ah, ich heil mich manchmal vorsichtshalber, ne? Aber hiermit. Was soll's? Oh, ne seltene Dornenkolle. Wahrscheinlich schlechter als mein jetziges. Muss aber nicht sein. Ach komm, ich nehm mich mit. Das kostet. BERSBonann. BRING. BRING.